Okay, raus aus dem Elfenbeinturm, rein ins Bühnenjahr. Frisch getrimmt und gestimmt für die Tour mit Danny Juck unterm Radar. Im März geht die Reise nordwärts, Hannover, Sandhacken, leer, Bremen, Berlin. Hey Berlin, da schau ich gleich auch bei den Brauseboys und der Reformbühne Heim und Welt vorbei. Die halten mir als Ehrenlesebühne ein Gastslot frei. Alle, die es interessiert, finden alle Details unter aktuell und live. Auf www.crazysongster.de www.crazysongster.de